Auch keine optimale Hereingabe. Venuto macht es jetzt vielleicht besser. Der war nicht schlecht! Und Suleimani! Ich habe einen Eingeschmack. Da hat der Ebner nicht mehr dran, wenn dann eher gefoult von Venuto. Da ist Suleimani! Wieder sieben. Bei seinem Bundesliga-Debüt. Gefällt mir sehr gut, was hier beide Teams abliefern. Guter Pass von Venuto. Jax wesentlich mehr als Lukas Venuto über rechts. Und ihn ersetzt jetzt Daniel Schütz bei den Krötigern. Also, auch die Wechsel zum zweiten Mal. Lukas Venuto. Oh, der Ball kommt doch noch durch auf Sandozschuric. Da ist wieder Roman Wallnapp. Ja, und seine Spieler noch überstehen. Lukas Venuto. Wieder guter Haken zweimal. Lässt der Antoni Gioch steigen. Und dann ist der Ball nicht im Tor, weil er reifelt. Kerstbaum, Venuto schon wieder. Der Brasilianer vorbei am Berger, Venuto. Die Chance, das Tor. 2-0. Grötig, Torschütze, Schütz. Eingeleitet. Wir brauchen noch Zeit, um hier noch was auszurichten. Ja, und plötzlich, plötzlich sind die Grötiger auch mal da mit einem geordneten Spielaufbau. Das war Rasner. Wir denken an diese Chance von Geschweidl vor ein paar Minuten. Ausbeck mit der ersten richtig guten Schock. Venuto. Nutz, der Korb-Tor. Das wird's wohl gewesen sein. Im zweiten Mal in Folge in der Startformation bei Grötig. Spielt da mal seine Schnelligkeit und seine Stärke am Ball aus. Immer noch Venuto. Kommt bis an den gegnerischen Strafraum. Schweidl mit der Möglichkeit. Auf den Potsmann. Hat viel Platz. Da klafft ein ziemliches Loch vor der Viererkette des WAC. Venuto spielt rein. Da ist Schweidl. Aber vor ihm ist Drescher. Im Moment nicht da sind. Vor der Pause haben sie hier sehr gut mitgehalten. Nach der Pause ist ihnen das weniger gut gelungen. Schütz jetzt mal unterwegs in Richtung... ...Krobel für Venuto. Er ist quirlig. Er ist schnell. Venuto. Und jetzt die Chance. Kussbeck dann mit... Venuto. Kussbeck. Schweidl. Ja, gute Übersicht. Venuto. Unordnung in der Admirer Defensive. Da kommt Manzoni. Was macht denn der? Takt von Stefan Auer. Kommt Grötig mal in einen Konter. Venuto. In der Mitte der eingewechselte Hart. Das war super gespielt. Was macht der Manzoni schon wieder? Oh. 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 Minuto. Auf Pires. Diesmal umgekehrt. Was macht Philippe Pires? Der versucht noch einmal zu... Bisschen. Bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017